Seine Welt wird heute neu erschaffen. Wow. Und ich werde leiden. Hi, das bin ich. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich hier gelandet bin. Oh, shit. Wo geht seine Lebensleistung hin? Was ist das denn? Die habe ich ja sehr inflationär in letzter Zeit benutzt. Und da ist sie. Ja, komm her. Ich brauche dein Auge, du Sau. Wo ist sie hin? Scheiße. Och, Mensch, war tauchende Runde. Das ist ja super. Hat sie von unten von der Tiefseebasis hochgeschickt. Dann machen wir jetzt einmal aus. Ja. Und dann können wir die vielleicht angeln. Kriege ich es abgerissen? Kriege ich es abgerissen? Kriege ich es abgerissen? Nein, kriege ich nicht. So ungefähr laufen auch Beschneidungen ab. Ah, lass mich dir noch was dazugeben. Du hast es dir verdient. Ich habe dein Leben und vor allem deinen Job gerettet. Und dafür verdiene ich eine Möhre. Hammergeil. Wahnsinn. Wir müssen doch da hinten noch den Boss machen, oder nicht? Wait a minute. Wir haben doch Siedeblut noch gar nicht umgehauen, oder? Oder lauft ihr jetzt einen anderen Weg? Aber eigentlich ist doch hier gegenüber noch ein Boss, oder nicht? Mal gucken. Oh, guck mal, die Punkte, wie sie kurz innehalten. Und wie sie wieder reinströmen. Wie geil. Nice. Junge, es ist wunderschön. Bin ich hübsch, Mutter? Bin ich so hübsch wie die anderen Kinder? Wir testen mal. Oh nein, oh Gott. Ich sage mal, die Ausgangsposition war gut. Die Ausgangsposition war gut. Aber danach hatten wir ein schreckliches Problem. Was ist denn das für Mucke? Was ist denn das jetzt für Mucke? Wer sucht Beef? Oh Gott. No way. Es geht alles schief. Aber Blizzard? Bin ich schon interessiert dran. Vielleicht ändern die das. Vielleicht bin ich danach großer Survival-Fan. Ich versuche ja immer offen zu sein für alles Mögliche. Oder es hat mir oft auch schon sehr spaßige Stunden beschert, ne? Zum Beispiel mit deiner Mutter Zwerge, Shaddao. Sehr effektiv im Kampf gegen schnelle Feinde. Das stimmt. Aber ich mag... Die Sättek-Hallen. Ich weiß ja nicht, dass man ein Level haben muss, um diese Rollen zu benutzen. Ja, ich auch nicht. Bin ganz von der Rolle. Du hattest deinen ersten Charme 6. Ah, Leute, ich sterbe. Tobi hatte Sex mit seinem ersten Char. Ja, ihr seid nicht gleich. Tobi ist besser. Okay. Das ist das, was Shaddao erreichen muss. Nö, sie damit, glaube ich, sein. Diese VR-Brillen entwickeln sich nicht schnell genug. Ich bin eine Kuh und mache gerne Mu. Viele Kühe machen Mühe. Was? Ich meine das ernst, wenn ich sage, dass ich eine Palme habe. Ach so. Wirklich? Ich auch. Habt ihr samstags jetzt keine Lust mehr, weil ihr... Haltet ihr mich nur einmal in der Woche aus? Ja, das ist eigentlich auch schon zu viel. Am 22. Bin ich im Urlaub, oder? Alter. Ist das so ein Bums-Urlaub? Nee. Hm. War jetzt nicht so überzeugend irgendwie. Ah, irgendwo war da was mit Swinger-Partens. Weiß ich noch. Das warst du, Kraft. Ach so. Ah, darum weiß ich das noch. Ich habe Black Mirror angefangen. Ja, sehr gut. Sehr gute Entscheidung. Es ist für mich echt heftig. Knobi-Wahn, Junge. Wie geil ist er? Oh mein Gott, ich habe noch nicht mal Massendispel. Wie sollen wir den Dungeon jetzt schaffen? Ich habe gerade das neue Fisch-Mount bekommen. Nächstes Add-On wird Rise of the Fishies. Alter, wie geil. Da war ich ja übel lang nicht. Da unten ist auf. Wir gehen erst hoch. Wir müssen oben überprüfen. Das ist wichtig. Scheiße, ihr ist zu. Oh nee. Wieder runter. Die haben sich ja einfach Tobis Genitalbereich über den Kamin gehangen. Offen. Jetzt ist zu. Oh, hör auf, um auf die Türen zu klicken. Andere Videos sind halt einfach nur... Da ist überhaupt kein richtiger Unterhaltungswert. Machst du alte Tank-Guides von Tobi an? Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten Guide. Tank, tank, tank mein Arsch. Alter, das Riesenflöß. Ich scheiß mir ein. Es gibt ja mega viele Namen, die so auf Lore enden, ne? So Hannelore, Inge-Lore gibt's zum Beispiel. Und Ingeborg gibt es auch, wie diese Aliens von Star Trek. Wieso sagen eigentlich die Tanks nicht mehr hallo? Keiner von unseren Tanks heute Abend war nett. Ja, Tanks sind scheiße. Haben männliche Priester einen anderen Engel als weibliche Priester? Ja, das wird dann so ein riesiger Penis, wenn sie sterben. Alter, ich bin ne Hummel mit nem heftigen alte Götterstab. So sehen auch die leeren Lords aus. Das ist der wahre Lehren-First, der Modell liegt. Hütet euch, die Lehre wächst. Nur einfach hinterherlaufen ist das okay. Aber guck mal, die Biene zum Beispiel bin ich super nervig. Ihr flatter Flügelchen. Dann bräuchte die Option, die einfach tot zu schlagen und dann mit so ner Leine hinterher zu ziehen. So schön breit gematschte Biene so an der Wand zerquetschen mit nem Schuh. Ja, das ist mein Hausserie, Leute. Wenn Thor jetzt aber was Kleineres hat, hätte ich auch noch einen 24er. Thor hat auf jeden Fall was Kleineres. Alter, sie haben ja auch Arcade Mage neu gemacht, ne? Boah, heftig. Alle drei Specs, ne? Alle drei sogar? Wieder Nerves. Oh, toll. Wir haben ein kleines Tank-Problem. Wieso, wir haben noch Berian. Kann Berian tanken? Berian ist Braumeister. Wir haben... Nein. Du musst eigentlich auch nur Fasshieb und Feuerodem haben. Ja, und das in der richtigen Reihenfolge. Aber die verraten wir nicht. Erdnuss-Flips in meinen Verderben, Leute. Berlin, wo ist euer Schaden? Ich will die Hände sehen. Ja, Tobi versucht es. Er versucht es. Aber wird er es schaffen? Nein. Ich bin ja ganz knapp. Ja, ganz knapp. Kann ich alles zusammen pullen? Ja. Nee. Oh, 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 oh. Easy, Leute. Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Junge, du bist ja tot. Oh, nee. Ich habe Nein gesagt. Aber auf dem Teelheiler hört ja keiner. No, WTF. Naja. Oh, nee. Jetzt ist man ja den ganzen Weg wieder laufen. War echt eine scheiß Idee. Ehrlich, ähm. Tobi hat hier alles gepullt. Aha. Hör doch mal auf. Das liebt doch eben so scheiße. Ja, da habe ich echt nichts gesagt. Ja, das glaube ich dir nicht. So, Leute. Ich hoffe, mein Neto-Orkan hat jetzt ein bisschen geballert. Ich bin ehrlich. Junge, der macht ja gar nichts. Steckt mir die halbe Tute Erdnussflips. Ist man auch noch dabei, Erdnussflips zu essen? Ja, das ist eine große Tüte. Das war Schlägen Klang von Keimzeit übrigens. Kennt auch wieder keiner. Kennt ihr Musik? Ich habe das sogar in meiner Playlist. Gehrenmann. Kinderlieder. Kinderlieder kenne ich. Oh, ich habe auch ganz viele Kinderlieder im Moment. mit Deutschrap. Adeltawil mag sie gerne. Alter. Und? Ich und ich? Naja, das ist ja das Gleiche. Die hatten so ein übel trauriges Musikvideo, wo dieser Hund angefahren wird. Das habe ich ihnen bis heute nicht verziehen. Erinnert ihr euch? Das war so ein Comicvideo. Er hat keine Musikvideo gekickt. Ah, doch, doch, doch. Ja, und dann wurde der Hund, glaube ich, angefahren. Und das war alles schlimm. Alles ist geiler mit dem Standard-Interface. Ich spüre Priester-Propaganda. Ich kriege euch alle noch dazu. Einfach wie so eine Drohung. Oh, geht schon los. Fuck, ich muss noch trinken. Geschafft. Sometimes. Au. Leute, es ist was Tolles passiert. Meine Tochter möchte Harry Potter lesen. Ey. Und weiß ihr, wie sie da drauf gekommen ist? Über Harry Potter? Durch die Ü-Eier. Nein. Kennt ihr Hallo Spencer noch? Ja. Dann würdet ihr euch jetzt Spencer-Ultras bezeichnen. Was soll da ja Front jetzt, aller? Macht ihr eigentlich auch Schaden? Junge, guck dir meinen Schaden an hier. Du stirbt nix. Alles ist tot schon. Ja, ich habe auch Angst. Oh Gott. Oh nee, ich auch. Hilfe. Du musst kiten jetzt. Du schaffst es. Heil dich. Kite doch schon. Heil dich. Ich heile mich doch auch schon. Heil dir Theo den König. Würde den 1% Yogi. Ja, ich bin doch dabei. Du schaffst es alles. Drück die Knöpfe jetzt auch. Denk an Spencer, der dich grüßt. Du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Top. Sailor dead. Ah. Also ich will nicht sagen, dass er noch nicht eine Heilung auf mich gemacht hat. Nee, ich war gerade. Ich habe gerade. War gerade ein bisschen abgelenkt. Sorry. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um mein Kind. Das kostet einfach mal Anja. Nein. Und mach auf laut. Wir reden mit denen. Ach nee, wollte ich auch mal jemanden wiederbeleben. Es kann ja nicht sein, dass du uns immer nur alle komplett wipen lässt hier. Für den Vibe konnte ich nichts. Da hat Schaden gefehlt. Tool sabotiert die Gruppe. Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass ihr mich mehr oder weniger dazu gezwungen habt zu tanken. Euer eigener Fehler. Seht, was ihr erschaffen habt. Ich bin das Produkt eurer Gräueltaten. Ey, es ist immer noch so warm übrigens. Warte doch mal bitte ganz kurz. Ich bin noch nicht da. Ich schwitze am Rücken. Ich habe einen Schwitzrücken, Leute. Ihr müsst den mal trocknen gleich. Ich bin noch ein Kind.